Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Leerdamer Trio Scheiben 1,19 Euro. Rama Brot Aufstrich 1,29 Euro. 250 Gramm weiße Champignons 89 Cent. 500 Gramm rote Spitzpaprika 1,59 Euro. 125 Gramm Rucola 79 Cent. 7500 Gramm deutsche Speisekartoffeln 4,89 Euro. 750 Gramm Zitronen 99 Cent. 2 Kilogramm rote Apfel 2,49 Euro. 1500 Gramm Saftmandarinen 2,29 Euro. Ein Stück grüne Kiwi 22 Cent. Schmetterlingsorchidee 7,99 Euro. Mühlenhof Delikates Salami 99 Cent. Handel Tirol Protein Sticks 1,49 Euro. 3 Stern Sauer oder Zwiebelfleisch 2,49 Euro. Munzert Regensburger oder Fleischwurst 2,99 Euro. 1 Kilogramm Hackfleisch gemischt 5,99 Euro. 200 Gramm frischer Entenschenkel 1,99 Euro. 330 Gramm Schweine Kordon Bleu 2,79 Euro. 400 Gramm Mühlenhof Rinderleber 1,99 Euro. Berchtesgadener Land frische Bergbauernmilch 1,19 Euro. Dr. Oetker High Protein Griebschoko 1,99 Euro. Mövenpick Feinjoghurt 69 Cent. 500 Gramm Femek Wildlachsfilet 7,19 Euro. 800 Gramm Ölmür Hirtenkäse 6,66 Euro. 500 Gramm Rana Tortelloni 3,99 Euro. Rügenwalder Mühle Vegetarisches Pfannengericht 2,49 Euro. Iglo Pasta Pfannengericht 2,99 Euro. 25% Rabatt auf das gesamte Nutella Sortiment. St. Michael Galette Möllöse oder Petits Madeleines 1,79 Euro. Haribo Ballastix 1,19 Euro. 18 Stück Coca-Cola 9,49 Euro. Melitta Kaffee Pets 1,69 Euro. Dallmayr Kaffee Prodomo 4,99 Euro. Landliebe Konfitüre weniger Zucker 1,29 Euro. Kühne Rotkohl oder Apfelrotkohl 1,29 Euro. Faduschgel oder Deospray 1,49 Euro. Schaumerspülung oder Shampoo 2,75 Euro. Gordons London 3 Gin 9,99 Euro. Schwarzkopf Taft Haarlack oder Spray 3,55 Euro. Penny Tattoo Taschentücher 2,49 Euro. Krüger Heißgetränk 1,69 Euro. Tete-Sept Badesalzerkältung der Hals- und Rachenspray akut 4,99 Euro. 10% Rabatt auf alle Sagrotan Produkte. Finish Ultimate Plus All in 1, 12,99 Euro. Meister Proper Citrus Frische 2,79 Euro. Febrese Raumluft Duo Pack 4,99 Euro. WC Frischreiniger Gel Lemon 1,89 Euro. Turmbräu Winterbier 45 Cent. 250 Gramm Penny Salzstangen 59 Cent. 360 Gramm Backerkrönung Schokobrötchen 1,49 Euro. 2500 Gramm zur Royal Vital Plus Komplex 3,49 Euro. 7500 Gramm deutsche Speisekartoffeln 4,89 Euro. Saupike Thunfisch Salat 2,29 Euro. Berieder Edle Matthies Filets 1,29 Euro. Dirt Devil Wischmop Komplett Set oder Flachwischer Komplett Set 14,99 Euro. Penny Körniger Frischkäse 69 Cent. Penny Geflügelleberwurst 89 Cent. 1500 Gramm Saft Orangen 1,79 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.